So, jetzt gehen wir uns ein Grillhänderl kaufen, das schaut so aus. Die Sandra trägt das Händl und die Kartoffeln. Ein Grillhändl, aber ein riesiges und Kartoffeln dazu mit Rosmarin. Da werden wir sicher sein. Wir haben einen Strandtag eingelegt. Aufgrund verschiedener Interventionen durch die Familie, beziehungsweise durch die Damen. Wir sind am Strand von Porto. So macht die Büroarbeit gleich viel mehr Spaß. Mit diesem Ausblick am Strand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, da ist das Fischerlokal. Doch wir gehen da raus. Bonjour. Wir gehen raus. Und da ist das Mittagessen drin. Es schimmert schon punktig einmal durch raus. Und ein Grillhändl mit Kartoffeln. Rosmarinkartoffeln. Das essen wir jetzt am Strand. Mittagessen mit Aussicht. Besser geht es ja kaum, oder? Die freuen sich schon auf das Grillhändl. Da ist es drin. Hungrig? Da ist es drin. Da ist das wunderbare Grillhändl. Und dazu diese Aussicht. Mahlzeit. Und wie schmeckt es, Heinzl? Wir verlassen Porto. Es geht hinauf am Col de Veccio. Und dann weiter nach Lozzi. Lozzi. Es gibt auch welche, die mit Radl unterwegs sind. Mit Kind und Kegel. Und in Korsika sind überall die Wildschweine auf der Straße. Ja, servus Wildschwein. Ja, das ist ein ganz wildes Wildschwein. Ein wildes Wildschwein. Ein korsisches Wildschwein. Hallo Wildschwein. Ja, ja, ja. Mit Baby. Ich passe auf, ich tue deinem Baby nichts. Schau, mit Baby. Korsisches Wildschwein mit Baby. Servus Wildschwein. Alles für Wildschweine beim Auto. Der Defender ist von Wildschweinen umlagert. Der räubt sich bei meinen Dings, hei. Der räubt da. Ich lasse mir mein Auto in Ruhe. Was machst du noch einer? Der schabelt sich da. Halt das mal aus. Was ist mit dir? Ja, da juckt es. Den Babyschwein juckt es. Ja, ja, wie es ihm juckt, dem Baby. Jetzt geht es an dem Auto durch. Die ganze Bande Wildschweine. Und jetzt kommt die Mama. Und die ganzen Babys. Gibt es einen Apfel? Für die korsischen Wildschweine Äpfel. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Schau Schwein, die Lara hat was. Jetzt kommt der Rest der Meute da oben berghober. Alles voller Schweine. Ja, wer bist du? Ein Fescherschwein. Ja, 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 ja. Und da kommt die Mama. Ja, ich hab aber nichts zum Schappi-Schappi. Mahlzeit. Ja, da hat sie ein bisschen rastet, habt ihr recht. Die Mama muss rasten. Da muss gerade gesäugt werden, da muss man ein bisschen warten. Wenn ein Baby durchschaut, muss man warten. Ja. Es gibt nicht nur Schweine auf Korsika, sondern auch Esel. Hallo Esel. Da gibt's keinen Apfel. Gibt's keinen Apfel. Gibt's keinen Apfel. Gibt's keinen Apfel. Heilt die Schuhe. Jetzt darfst du schnaufen. Da ist die Modern Bar. Da spielt sich's ab. Jetzt geht's auch wieder nach Lozzi. Da spielt eine Person. Da spielt sie auf. Dämpft wird die Frauen. Die Frauen ist nicht anders. Geht's nicht anders. Dämpft wird ein, wenn sie nicht anders sind. Das ist nicht anders. Dämpft wird die Frauen. Dämpft wird die Frauen. Dämpft wird die Frauen. Dämpft wird die Frauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020